Die Stadt Zug, ein malerischer Ort, rund 23 Kilometer südlich von Zürich, lockt Unternehmen der Blockchain-Technologie, vor allem mit geringen Steuern und unternehmensfreundlicher Regulierungspolitik in die Schweiz. Wir nennen es das Krypto Valley, diese Gegend hier. Wir vergleichen es mit den frühen 90er Jahren im Silicon Valley. Was hier heute passiert, hat viele Parallelen zu dem, was Anfang der 90er Jahre dort passierte. Nun will sich einer der weltweit größten Hersteller von Bitcoin-Rechnern dort ansiedeln. Das chinesische Unternehmen Bitmain Technologies will eine Filiale in Zug aufmachen. Welche Dienstleistungen Bitmain dort anbieten wird, hat der Konzern noch nicht bekannt gegeben. Bisher stellt Bitmain hauptsächlich Hochleistungsrechner her, die das Netzwerk der Kryptowährung Bitcoin unterstützen. Das neue Büroentzug soll zum Europa-Hub ausgebaut werden.